Noth, der Seuchenfürst, hat zwei Phasen, welche sich alle 90 Sekunden abwechseln. In Phase 1 tankt ihr ihn dort, wo er steht, Mealys wie immer dahinter und alle Fernkämpfe und Heiler mit Abstand dahinter. Während dieser Phase castet er Fluch des Seuchenbringers, welcher direkt entflucht werden muss, da dieser sonst zur Rache des Seuchenbringers wird und direkt enormen Schaden, wie auch die nächsten 10 Sekunden weiteren Schaden über Zeit verursacht. Weiter kann er in der Phase blinzeln, wobei sich die aufgebaute Aggro resetet und somit neu angetankt werden muss. Gebt eurem Tank hier also etwas Zeit oder schießt ihn mit Irreführung oder Schurkenhandel direkt wieder hoch. Zuletzt erscheinen in dieser Phase Ads, welche vom Off-Tank eingesammelt und zum Boss gebracht werden müssen, sodass diese weggeklift werden können. In Phase 2 verschwindet Noth und es spawnen in Skelette in der Arena. Haut die Ads um und nach 75 Sekunden erscheint Noth wieder und das Spiel geht von vorne los.